Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Lippenprodukte und zwar von Essence, der bleibt, achso und ziehe gleich aus, der bleibt auch, den weiß ich noch nicht, gehen zu Tisch aus, der bleibt von Dani, hier habe ich es dann schön trenntet ab, Glitzer, den lassen wir mal, ein klaren von Essence bleibt, Essence von Clara bleibt, dann habe ich hier einen Schein, den lasse ich auch mal, Too Faced bleibt, Essence bleibt, dann habe ich hier einen von Essence, der bleibt, der bleibt auch, dann habe ich hier zweimal den, den setiere ich aus, der kommt in einer Box, die beiden bleiben, äh in einem Gewinnspiel, den setiere ich aus, Lip Serum bleibt, hier ist ein pH Stick, den habe ich bei der Lippen mit drin, denn so ein Gel von Rivalorsmi, Lippenöl, weiß ich noch nicht, Essence bleibt, dieser Essentopper bleibt auch, hier habe ich noch ein Lip Topper, bleibt, Glitzer bleibt, Glitzer bleibt, dann machen wir mal hier ein bisschen Rivalorsmi, die beiden bleiben, in so einem Braunton, Rival Deluxe, in so einem Braunton, bleibt, ich versuche hier auch mal die Verpackung raus, zu nehmen, der bleibt, richtig schön, mit Glitzer, ich versuche hier, weil, ich wollte ja erst die Lip Glossom, von Essence, am Braunen bleibt, Essence Erdbeer, den sortiere ich aus, hier ist noch so ein knalliger, sortiere ich aus, gucken, ob ich viel aussortiere, hier ist noch so ein, so eine weg, Essence bleibt, der bleibt auch, den lassen wir auch, das mit dem Schwämmchen, den pinken, den lasse ich noch, dann habe ich hier zwei Pflegestifte, die bleiben, und dann habe ich hier zwei Pflegestifte, der bleibt, der bleibt, auch, den sortiere ich aus, der bleibt, den lassen wir, den von Catrice auch, Essence bleibt, nix, sortiere ich aus, ich habe noch nie was von nix genommen, sprich, die sortiere ich auch aus, der bleibt, den lassen wir auf, jetzt noch Pflege und Kokos bleibt, Essence bleibt, der bleibt, der bleibt auch, ist mehr als Lippenpfleger, aber, so, die beiden Glosse bleiben, und die anderen muss ich ja nur gucken, die lass ich auch, die sind noch, die bleiben, Trented Up, sortiere ich auf, Essence bleibt, der bleibt auch, die auch, knallige rot sortiere ich jetzt aus oder ne lasse ich so viel rot drin habe ich nicht bleiben BH Cosmetics sortiere ich aus bleibt es jetzt BH Cosmetics bleiben essens ich habe hauptsächlich wie gesagt essens bleibt beide hier ein klarer kann mal weg ich habe ja die bleibt bleiben habe ich viele verschiedene ich glaube ich habe fast alle Töne hier die bleiben auch bleibt 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 den lassen wir auch den lasse ich auf jeden fall so die bleiben den lassen wir auch den lassen wir den pinken auch nix ich glaube den lasse ich jetzt packen wir den Lippen so jetzt machen wir mal weiter das sortiere ich aus von rüber zu bleibt 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 hier habe ich ausgefallen ich hatte mir den Lippen aber jetzt zu dunkel zu tief aus mad 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 so ein braun ton von Essens bleibt 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 hier ist von rüber los vom Deckel her sehen sich schon fast alle ähnlich bleiben, wo ich euch das vom Deckel her zeigen kann, falls man ihn doch mal haben, einen Mac Lippenstift der bleibt im Mini, hier ist noch so ein kleiner von NYX und sortiere ich aus, das ist richtig mini, so ein knalliges Rot hier, lassen wir mal bleiben, bleibt, ist alles Essens, so wie der Deckel aussieht, dass die Farbe bleibt, aber eigentlich könnte das auch ein Lippenpflegestift sein, aber nein, haben wir hier noch, unsere Brauntöne, bleiben, seitlich hinten, bleiben, den Rücken nachher einsortieren, bleiben, Essens, Erde, Feuer und die vier bleiben, dann habe ich hier noch so ein Matten, bleibt, bleibt, Catrice von der Disney LE, ja, bleibt, habe ich noch ein davon, ja, da ist der nächste, bleibt, Catrice, sind meine einzigsten Catrice, ne doch nicht, hier kommen noch zwei, das sind die Disney LEs, bleiben, dann habe ich hier, ich habe hier, ich habe hier ein Herz, richtig süß bleibt, die Verpackung ist auch mal etwas anderes, hab ich hier, bleibt, der ist magnetisch, hier ist so ein, lassen wir auch, hier haben wir so einen zweiseitigen dünne und breite Seite, lassen wir mal, könnt ihr auch mal, hier haben wir so einen Toppel, hier haben wir so einen, der ist von Alverde, nennt es so tisch aus, dann habe ich hier wieder mehrere Stick Sorten, sechs Stück von Essens, hier habe ich noch so einen alten, von alten Verpackung bleibt, den braun, den Lilan davon, könnte man ja zwischendurch, alte Verpackung, so einen schwarzen, den sortier ich aus, hier haben wir so einen, ich swatch das jetzt nicht, weil das heute nicht geht, diese Farben mag ich ja, habe ich hier so eine, noch drei Farben von Essens, dann habe ich so einen, so einen kleinen, für unterwegs, wo man mal frei eingehen soll, und so einen hellen, so richtig hell ist der, jetzt haben wir noch Lippleine, hier habe ich noch, ich weiß gar nicht, irgendwelche Pepes sind hier, äh, Pepes, so eine, ähm, wie nennt man die denn, naja, das ist der trockene, habe ich hier einen Rotton, Lippleine, einen dunkleren, so einen Pinkton, gräunlich, da kommt keiner weg von den Lippleinern, oder, die habe ich noch nicht getestet, äh, äh, zum Anspitzen, sind auch schön, jetzt zeige ich, so ein Silber, hier oben nietzen, da kann ich alles, wenn ich das sonst mache, das nichts, das lasse ich mal, ja, na, 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 so das waren meine lippenprodukte ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal eure beauty puppy tschüssi